Oh du, mein allwürdiger Padawan, ich, dein Sensai, habe dir befohlen, jetzt in den Kampf zu gehen mit diesem, mit dieser Apune. Wir haben keine Katanas mehr. Willkommen in Japan. Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paytet on Red. Wir sind anscheinend heute und die Teile sind fake. Oh Gott, oh Gott, Leute, 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 Leute. Ich hab ne Waffe, ich hab ne Waffe. Nein. Erschießt du ihn? Oh Gott. Ah ja, auf jeden Fall wieder mit Mauli und Nano. Säge, hallo. Alter, das war jetzt rapider Start auf jeden Fall. Ich hab ne Säge. Da kann ich jetzt die richtige Nervensäge spielen. Lass dich ansägen von mir. Lass dich ansingen. Denn ich singe jetzt. Was mache ich sehr brutal? Äh, gar nichts. Das ist Deko. Nein. Nein, ist nicht. Oh, da ist was, ne? Ja. Okay, dann lass da gleich rein. Lass jetzt mal auch hier in der normalen Welt etwas ohne. Das ist der Portal, sag mal was, da geht es G1 bis G1 bis G1. Denn, ist die Axt gut? Die Axt ist gut, ja. Okay, okay. Also, ja, denke, ne? Also, weiß ich, ja, denke. Ich hab ne Shotgun. Oh. Ein Double Barrel. Nein, 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 nein. Oh, jetzt hab ich mein Zwei aus Versehen gedingst. Oh. Ich hab gedacht, du brauchst Hilfe. Aha. Der hat den Katana. Alter, der hat ne Waffe. Ey, gut, dass ich auch eine hatte, sonst wäre ich ernsthaft draufgegangen jetzt. Oh, ein Portal. Äh, ein Portal. Oh. 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 Oh, wunderschön hier drin. Alter, die lässt sich nicht töten. Jetzt. Ey, da hat schon wieder jemand eine Waffe. Oh, die haben jetzt auch. Alter, Alter, Alter. Lass mich nur rum. Ich komm hier nicht mehr weg, ich bin zack. Oh Gott, du kommst. Oh nein. Ich war fast an dieser scheiß Pistole gestorben. Jetzt werdet ihr, jetzt werdet ihr büßen, Alter. Junge. Alter, hab ich hier auch gespüßt. Wer bist du denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss hier weg. Da warst du dann nicht, oder? Oh, danke schön, danke schön für das Mitkühlt. Da sind ein paar Katanas. Alter, was sind das für? Ich kann grad nicht sagen, ob das irgendwelche Samurais sind oder irgendwelche Punkbandliebhaber. Ich bin jetzt halt in der Waffe. Alter, warum hat die so viel HP? Die beiden halten hier gerade einfach mehrere Katanas-Dings aus. Komm jetzt, Nehmo. Gut, dass du eine Dings hattest. Okay, aber mehr ist hier nicht, ne? In dem Gebäude. Ich meine, in dem Gebäude. Aber ich glaube, ich habe auch gebraucht. Alter. Komm jetzt, Nehmo. Hä, hier kann man nochmal nehmen? Als ob. Oh. Könnt ihr hier rein in diese Tür? Ja. Wo? Ach so, hier. Nee. Nee, okay. Gut, ich habe gedacht, ich wurde einfach rausgelassen. So. Ist hier noch was rum? Tatsächlich. Ey, lass den jungen Mann in Ruhe. Ist das irgendwie so eine Metropole? Wer hat hier schon wieder eine Pistole? Hör mir auf. Fuck. Ey, die Pistolen sind 4 zu P eigentlich. Oh Gott, oh Gott. Ey, was macht der Typ? Welchen Film ist der? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier sind doch safe welche mit Pistolen dabei. Ich muss mir die erste mal angucken. Nee, hier ist doch... Nee, hier ist doch... Nee, hier ist doch... Nee, hier ist doch... Oha. Hä? Weil der gar nicht mal Raum, wo du bist. Morley, Morley. Jo. Guck mal. Ah, das ist Nano, achso. Jo. Dann habe ich von einem Raum bekommen. Alter. Alter, richtig. Alter, ein Laserschwert einfach geil. Wo, what? Wo ist der Boy? Nenn, warte, ich komme zu dir. Oh mein Gott. Ja, ich brauche ein bisschen was hier. Hätten wir am Anfang gesehen müssen. Das wäre ganz geil gewesen, wenn du sagst, da sind Laserschwerter. Welches Haus bist du? Äh, ich bin... Äh, wie erklär ich das? Ich bin, äh, ein bisschen weiter hinten. Da, wo wir... Ja, wart ihr gar nicht, oder? Da, wo Morley erschossen wurde, könnte man sagen. Warte, warte, warte. Alter, wie riesig ist diese Web? Mit verschiedenen Völker. Junge. Das ist der allwissende Alberto. Mit dem Hammer der Verdammnis. Oh Gott. Aber er hat sehr viele Äxte hier. Er war anscheinend Schmied. Ja, stimmt, er ist ja Schmied. Oh, ich habe ihn. Nice. Ah, oh. Der Laserschwert ist so OP hier. Hier ist ein Eimer. Alter, wo geht es hier noch lang? Diese Map ist unfassbar riesig. Oh nein! Oh, Nano. Ach, Nano. Da war ich gerade. Ja, warst du? Ja, ich war da gerade. Ich bin da geschoben. Wenn du willst, kannst du den Weg zeigen. Warte, warte, warte. Ich muss erst mal einen Eimer werfen. Als ob der daran echt gestorben ist. Auf jeden Fall noch ein paar von den Teilen. Ey, nimm dir noch... Also, wenn du magst. Ja, klar. Erstmal, wie ich den Typen hier umbringe, weil der macht mir die ganze Zeit Druck. Wieso ist der voll stark? Ja, hier sind richtig viele richtig stark. Ich meine, der Typ ist halt einfach... Guck mal, der ist halt... Der sieht nicht mehr menschlich aus. Was hast du geholt? Pickup. Da holt der sich Pickup mitten in der Aufnahme. Ich habe einfach mal den Nano-Move gemacht. Ich wollte mal wissen, wie das so ist. Oh, hier ist ein Katana, nice. Ey, das ist das versteinerte, alte, rostige Katana von... von El-Sei-Sei-Soy. Lebt der noch? Oh, da ist... Ja. Geh mal da raus. Ja. Dann? Jetzt, ähm... Beim Wangen-Kaffee. Ja. Wangen-Kaffee. Ja, heißt der so. Ja. Alter, ist hier viel. Jetzt musst du links rein. Hol dir erste Waffen, Len. Hol dir erste Waffen. Geh links. Nein, 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 nein. Nicht da, nicht da. Warte, warte, warte. Hier? Da hinter. Hier rechts. Hier rechts. Hier ist die Tür rein. Hier ist runter. Recht. Hier rein. Hier rein. Ja. Äh, da braucht man eine schöne Auswahl. Und man kann sich hier noch ein Ding so in der Fähigkeit. Oh. Äh? Alter. Gibt es auch in manchen Maps. Das ist ja schmerzend. Na, Mauli. Sorry. Alter. Das ist unfassbar lang. Das ist ein Massaker hier, was ich gerade vollrichte. Die sind echt riesig, die Maps. Alter. Ey, was ist das für ein schönes Auto hier? Ja. Das sieht ganz gut aus. Oh Gott. Alter, was? Yo. So. Einer lebt noch. Na toll. Wo soll der jetzt sein? Oh Gott, auf so einer Riesen-Map ist das schwer zu finden. Das dauert ja ewig. Guck mal, was man nämlich machen kann mit Dings. Oh, ich habe mir sogar einen richtig langweiligen Charakter gesucht. Ja, die Map ging jetzt sieben Minuten. Oh. Schon ziemlich krass. Mhm. Also, wenn ich ihn jetzt nicht sofort finde gleich, dann. Ähm. Ich mache mal Licht aus, weil ich Strom sparen. Ist vielleicht im Portal einer noch? Eigentlich haben wir alle getötet dort. Guck mal. Naja. Okay, dann ist irgendwer wieder wahrscheinlich rausgebackt oder so. Hey, aber die Map war gut. Ja, die war voll gut. Die war mega riesig und hat sogar nur teilweise manchmal gelegt. Also, was voll okay ist für so eine Menge an NPCs. Ja, gut. Oh, das war eine gute Map? So, Leute, seid ihr bereit, in einem Themenpark ein bisschen auszuwirken? Und Leute, nicht ins Portal dahin, sonst endet das direkt. Hey, das ist doch das. Huh, ha, ha, Tiki, Tiki. Willkommen in Tadels-Tiki-Land. Oh. Nice. Hier ist eine Waffe. Habt ihr alle eine Waffe? Nee. Nehmt euch mal eine, dann fangen wir an. Also, ich habe nur so eine Dings. Ja, ist egal. Ich meine jetzt, womit man... Mauli? Ja? Ich habe den Bandmember umgebracht. Guck mal nach oben. Ja, ja, oben warst du, ja. Hier. Wo? Hier, hinter dir. Guck nach oben. Das ist voll nice. Ach, da oben? Wie kamst du da hoch? Scheiße. Mauli, Mauli. Alter, ich fahr grad Achterbahn mit meinen Füßen. Hallo, 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 hallo. Die sehen aber voll gut gemacht aus, die Map. Ey, heute haben wir nur Maps, die gut gemacht aussehen. Ja. Das war mega bombastische Maps. Ja? Oh, ein Untergang. Wo? Oh, der hat einen Vergleich. Ey, hier stehen voll viele Leute an. Die muss gut sein, die Bahn. Nur schade, dass ich keine Achterbahn fahre. Ja. Ups. Ja, ne? Oh, oh, oh. Ey, 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 ey. Ey, der hat nicht mal... Der hat nur einen Arm gehabt nur noch. Wollen wir mal mit dem Gemetzel beginnen? Hat doch schon vor zwei Stunden angefangen. Oh, ich bin schon alle tot. Irgendwie hast du verschlafen. Ja, sehr sogar. Ich hab hier schon die Arbeit komplett erledigt. Der dessen ihr euch den Sonnenuntergang angeguckt habt. Ja, da muss es sein. Ja, toll, dass ich nicht eingeladen wurde. Finde ich nicht sehr nett, muss ich sagen. Warst du noch zwei Leute leben? Ja, hab ich doch gesagt. Ich hab die ganze Arbeit erledigt. Ich hab deckige Basketwelle. Wenn? Ja. Dann muss ich Wasserball spielen. Was für? Bloß nicht. Ich wär eh nach zwei Sekunden K.O. Ja. Wo ist denn hier noch wer? Hier ist noch einer. Okay, einen brauchen wir noch. Einer noch, ja. Hm. Wo ist denn Tadde in seinem Tickiland? Hm. Willkommen in Tadde's Tickiland. Oh, ho, ho, Tickitick. Oh, das war eine andere Serie. Egal. Ich denke, wir werden trotzdem alle. Oh, gut, aber die war schön gestaltet auf jeden Fall. Sah voll gut aus. Europa. Also, wir sind jetzt im Wilden Westen angekommen und ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich würde mir einen Revolver packen und diese ganzen Koyoten umbringen hier. Meine Rieder hat nicht mehr viel gebracht. Oh, scheiße. Ey. Ich hab die Waffen. Oh Gott, oh Gott. Die haben mich einfach angegriffen. Ich hab nichts gemacht. Sheriff, Sheriff, Sie müssen mich verständlich, ich hab aber nichts gemacht. Oh mein Gott, die haben ja Waffen. Ja, genau. Wenn ich sie aufhebe, ist das keine mehr, weißt du? Einfach der wilde Westen, ne? Das ist nicht mehr der wilde Westen, das ist der wilde Osten an dem Punkt. Oh Gott, alter, kann man hier ne Waffe irgendwie haben, irgendwo? Ja, ja, ja. Beim Waffenladen. Beim Waffenladen. Das ist jetzt aber sehr ungenau. Ah, okay. Oh, okay. Dafür werden sie büßen. Wieso kann man das hier nicht öffnen? Was wollen wir? Ähm, weiß ich nicht. Oh Gott, ich bin fast tot. Ein Schuss und ich bin tot. Das wird mir... Oh, okay. Ja, das hat sich erledigt. Oh nein, was? Ja, ich bin tot. Es tut mir... Ich hab ein Wesentliches, das ist auch stark. Ja. Das ist nicht. Stimmt. Wie wir leben denn noch? Äh, weiß ich nicht mehr, viele denke ich, oder? Nein, du müsstest, das war ja nur eine kleine Map jetzt. Äh, habt ihr schon ne Anzahl? Nee. Ja, dann ist doch, dann sind doch noch ein paar. Ah, geht. Platz, hallo. Ah, okay. Ah. Oh mein Gott, der hat auch ne Waffe. Alter. Oh Gott, wir fließen ganz viele. Ich bin der Einziger? Nee, doch, ich bin der Einziger. Scheiße. Wie weißt du, bist der Einziger? Achso, dann läd mal. Okay, okay, okay. Ja. Alter, pass auf, die haben Waffen. Ja. Kicken, 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 kicken. Ich warst Akt. Oh mein Gott, du hättest kicken müssen, dann treten die, die sind leicht umgefallen. Mit Kuh. Ja, ich mach das irgendwie nie, weil das ist so. Nein, das ist voll schlau. Ach, ich bin immer fordert. Kann man, kann man kicken. Kann man kicken. Kuh, Kuh, mit Arno, Kuh. Oh Gott, Arno schafft das nur. Arno, ich glaub an dich. Habt ihr jetzt nur Dingsanzeigen? Äh, nee. Oh, komisch. Aber sind da noch, das sind doch nicht mehr viele. Eigentlich nicht, also da, das waren die schon fast alle so. Ja, deswegen. Voll krass. Ja, sonst, wenn der Salon fertig ist, kann man ja, vielleicht ist kein Counter eingebaut, das kann auch passieren. Oh. Okay. Oh, naja. Alter, was, wo? Wo waren da noch so viele? Hm. Ach, Alter. Alter, was ist das? Oh Gott. Wir sind hier irgendwie in der Folteranlage gelandet oder so. Das ist extrem, das ist extrem brutal. Ich will irgendwie da reinschubsen. Ja. Was passiert mit den Jungs, wenn die hier reingeschubst werden? Anscheinend nichts. Wir haben keinen reingeschubst. Da kommen hier noch welche? Ich glaub, das schon war. Nein, never. Ah, hier kommen dann immer mehr raus. Ach so. Oh, oh, Alter. Alter. Okay, okay, okay. Okay, wir müssen hier einfach nur überleben anscheinend. Ja. Ey, das ist die größte Folteranlage der Welt. Ja, ich war bei der größten Folteranlage der Welt und was ich da gesehen hab. Oh, der steht grad perfekt. Oh Mann, die fallen nicht rüber. Die fallen nicht wirklich rüber. Kommt, kommt raus. Lasst euch von uns umbringen. Kommt schon. Jetzt war's das so. Oh, hier ist einer. Oh. Oh, ah, deswegen wahrscheinlich. Deswegen kamen keine neuen. Oh. Oh, 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 oh. Die Security. Oh, oh mein Gott. Oh, es passiert leider nicht so viel. Schade, ich hab jetzt gedacht, die werden so richtig brutal zerfleischt. Das wär voll lustig. Ich bin ruhig, ja. Menschen sind deine komische... Ist etwas sehr komisches. Ähm. Was denn? Die werden nicht gekleischt. Oh, ja. Die mein ich ja gerade. Oh. Oh, Nano. Ach, nicht reinspringen in den Häcksler. Oh, heute reingesprungen, Nano. Nano, haben dir deine Eltern nie beigebracht, dass man nicht in den Häcksler springen soll? Also. Nano ist auch so jemand, der... Der muss halt auch erst das Feuer anfassen, um zu finden, dass es heiß ist. Und jetzt ist das passiert. Bleib jetzt unten. Da. Hopp. Hopp. Alter, Keanu Reeves. Alter, Keanu Reeves ist fucking stark. Lass mich in Ruhe, Keanu Reeves. Glaubt ihr es denn nicht, ey? Das ist ja insane. Also, ich würde mir echt wünschen, dass die Map so richtig, äh, richtig blutig wäre. Also, ist sie ja an sich, aber dass man halt hier wirklich zerfleischt werden kann. Mhm. Also, man selber kann ja zerfleischt werden, aber die Gegner halt nicht. Was mich irgendwie ein bisschen unsatisfiert. Ja, was hättest du da von Keanu Reeves, da? Ja, halt, dachte ich mir. Der arme, der arme Keanu Reeves. Der arme John Wick. So, war's das? Oder kommen hier noch welche? Ah, da lebt noch jemand. Hat noch vor lange eigentlich dauernd so. Oh. Oh, was? Let's go. Alter, was denn das? Ne Fleisch, ein Fleischautomat. Oh, wow, 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 wow. Jungs, 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 wir wollen's ja nicht zu übernehmen, wir wollen's ja nicht zu übernehmen. Könnte ich die nicht einfach alle auf die Schiene schubsen? Eigentlich schon, ne? Guck mal. Die kommen da doch safe nicht mehr hoch. Oh, hier kommen auch noch welche raus, oder? Oh. Alter, den hab ich richtig fertig gemacht. Hopp. Das waren doch alle, oder? Ähm. Ah. Oh, Gott. Alter, da kommt ein 80er-Star raus. Der war in den 80ern beliebt und ist jetzt wütend darauf, dass er es nicht mehr ist. Oh, wow! 118! Oh, mein Gott, die Möppen müssen wir uns irgendwann anders unbedingt nochmal vorknüpfen. Alter, da müssen wir unbedingt nochmal rein irgendwann. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das war's erstmal mit dieser Folge Painted Town Red. Lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann. Bye, bye! Bye!